Willkommen zu diesem neuen Video. Du misch bitte dein Kartenspiel einmal kräftig durch. Hast du es durchgemischt? Ja. Dann tauschen wir jetzt unsere Kartenspiele, suchen uns eine Karte aus dem Kartenspiel heraus, merken sie uns und legen sie wieder ganz oben auf das Kartenspiel rauf. Dann heben wir jetzt einmal das Kartenspiel ab und legen die andere Hälfte oben rauf. Dann tauschen wir wieder zurück und suchen uns unsere gemerkte Karte aus dem Kartenspiel heraus. So, ich habe meine Karte gleich. Sie ist... Ähm... Hier ist meine Karte. Okay. Dann zeig mal bitte deine Karte in die Kamera. Den Karo König. Aber obwohl meine Karte, also mein Kartenspiel anders aussieht als das des Zuschauers, habe ich trotzdem auch den Karo König gewählt. Das war der Kartentrick. Wenn er dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.